Uhu! Jetzt nochmal zwei Bilder von NOAH 15 und NOAH 18 von heute. Diesmal mit einem anderen USB-Stick mit dem 820er Tuner. Jetzt muss ich mal sehen. Ja, die richtige Audio-Datei. Wo bist du? NOAH 15, ja. 6.46 Uhr, also 9.46 Uhr. Mitteleuropäischer Sommerzeit. Und jetzt das an? Ne, halt. Ja, genau. 11.37 Uhr. Und das ist NOAH 18. Ja gut, man könnte natürlich auch erst im Fenster scheinen. Aber gut zu. Scherz.